Was ist wohl aus euch geworden? Aus meinen Schützlingen, den Kindern aus dem Weisenhaus in Neumarkt in Rumänien. Als ich von eurem großen Elend erfahren habe, habe ich 1990 eine Hilfsaktion gestartet, um euch zu helfen. Ich habe euch besucht, ich war zwei Wochen mit euch zusammen. Wir haben viel Freude miteinander gehabt. Wir haben gelacht, gespielt. Ich konnte das Elend nur ein wenig lindern. Mehr konnte ich für euch nicht. Wie geht es euch heute? Gott beschütze euch. God gave you love to give to others and be a true friend on life's ways. You can share it and be a witness of a big smile on people's face. Life cannot be lived in hatred. It destroys what true and right. Only peace can make us see that violence should be drowned in sight. God gave us words to heal the broken. Willa, oder? сможu dis der? Betel Auf diese Onferen, Deine Loneliness became a ghost Left alone by other people It's not easy to go on We should understand our neighbor Left in shadow, chill and fun God gave us ears to listen truly To those people full of pain And to comfort, where tears are flowing